Hi Leute, Willkommen zu einem neuen Video. Minecraft Skyvars auf dem Hypixel Server und ihr könnt abstimmen, bei welcher Uhrzeit ich Videos hochladen soll. Normalerweise habe ich jetzt diese Zeit am Morgen um halb sechs hochgeladen, dass ihr das vor der Schule schauen könnt. Aber ihr könnt mal abstimmen, ob am Abend oder so ich Videos hochladen soll. Ich habe oben rechts eine Anmerkung gemacht, da könnt ihr abstimmen. Warum versucht ihr es überhaupt? Stirb! Ich verstecke mich mal dahinten. Hat er mir gerade Speed gegeben? Äh ne, irgendwas anderes. Dann startet auch die nächste Runde. Dann haben wir den gekillt und der hat ihn spammed mit dem Bogen. Ich hasse das! Ok, er ist gestorben. Ok, wir haben getötet. Dann killen wir den! Dann noch die letzte Runde. Ok. Hab ich perfekt getroffen. Und er stirbt. Oh, dann haben wir gekillt. Aber... Die haben fast die gleichen Skins. Oh! Was hat er? Einen Knockback Stick. Oder halt eine Knockback Angel. Dann sag ich tschau meine lieben Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also morgen. Ciao! Ciao!